Oh, wow, das ging ganz schnell. War das zu dir? Ich hab's angenommen, in dem Moment warst du hier. Oder konntest du schon vorher zu mir reisen? Ja, das konnte ich trotzdem. Das geht ja trotzdem. Gut, wir müssen jetzt die ganze Zeit gerade in die Richtung. In die Hauptbasis von dem Innen. Und da müssen wir dann oben nachher aufpassen. Da oben ist ein Endboss. Den wollen wir nicht. Ach, hier, aber diesen komischen Dingern. Da wollten wir sowieso mal hin. Ein verstrahlter Endboss ist da. Level 30 oder so. Level 30? Ja, gut, der hat mal ein Dings kaputt ist. Den kriegen wir nicht. Den will ich auch gar nicht. Ich will nur bis zu den Räumen davor und da das Gewehr holen. Sicher, das wollte ich nicht kriegen. Ich hab alleine gegen... Können wir gerne ausprobieren. Ich will nur vorher das Ding aufheben, damit ich da nicht nochmal hinlatschen muss. Wo will der die Lehm... Nee. Wenn der das Leben die ganze Zeit so behält, können wir den immer wieder weiter runter. Mal gucken. Ah, nee, wenn wir spawnen, kommen ja die Viecher auch alle neu. Alter, das ist das für eine ekelhafte Welt hier. Du bist nebelig. Hier ist doch ein bisschen Apokalypse nah. Welches Level bin ich? Oh, Level 23, ja. Ich glaube, du bist 13. Hey, wo ist Level 23? Keine Ahnung. Ich hab nur in die Richtung geguckt, auf einmal hat das mir angezeigt. Was bin ich? 13? 13, ja. Näher dich einer Todeskralle an, Freunde. Das wär so geil. Vielleicht finden wir hier einer. Freunde, dich alle. Da gibt's wieder einen bestimmten Punkt. Das wär's ja, wenn du das mit dir da machen könntest. Hast du einfach so einen Sidekick, der mit dir mitläuft, ne? Hey, du. Du hast ne Powerrüstung? Ich hab ne Todeskralle. Der automatisch die Gesuchten alle angreift. Natürlich. Ist auf aggressiv gestellt, wie bei Arc Age, die Hunde immer. Achte auf dein Dings, ne? Auf dein Essen und Trinken. Ja. Ich trink nochmal schnell was. So. Reicht jetzt für den ganzen Kack. Ja, warte, dann will ich auch was. Ich guck mal ganz fix. Warte mal, warte mal, bevor du weiter gehst. Oh Gott, Todeskralle-Sek muss ich essen. Schade. Musste ich jetzt. Das war ganz kurz vorher. Na, ich hab auch, ich muss auch wieder was grillen. Ich hab kaum noch Fleisch. Was ich noch nicht gegrillt hab. Hast du wenigstens auf der Karte geguckt, dass hier keiner ist? Hier ist keiner, ne. Gut. Zumindest war vorhin keiner hier. Ne? Wir müssen auch hinter den drei Dingern hier. Achso, ja, lass uns mal wenigstens erkunden. Also gesehen, jetzt hab ich's. Unfertiges Anwesen. Das ist voll geil da oben. Oder war das nachher da hinten? Okay, ja. Ich glaub, da könnte man mit dem Fahrstuhl hochfahren. Ja, wahrscheinlich nur, ah, nicht bei den Unfertigen, oder? Ach, sehen wir halt, dann ist ja egal. Ja. So, müsste gleich vor uns denn diese komische Kacke. Block the Bot. Oh, Jobs. Sind hier Gegner? Die sind gar... Da oben, ja. Da oben, ja. 16. Ja, die kommen grad auf uns. 16? Da bin ich rechts hin? Ja, drei Stück. Aber zu Pompon-Tannen halt. Geh mal einfach außen rum. Ja, wir gehen einfach rechts, wo man geht aus. Vielleicht natürlich wieder hängen, und dadurch ist mein ganzer AP wieder weg. Vorsicht. Hier piept einer, ne? Ja. So ein Ober-Offi-General. Wie sah das aus, als wenn der erst von den Türmen aus dahin gekommen ist? Der hat nämlich immer so gesprungen mit der Kamera. Hat nämlich kacke. Die Schütztürme sind hier drin. Ach du Scheiße. Ah, da bist du. Genau. So, im Hauptsitz. Oh, das mobbelt nämlich mit. Hier sind noch mehr... ...wollen wir jetzt vorne oder hinten rum probieren? Hat hier vorne schon einer. Der wird sehen. Na dann hinten, was? Achso, da hinten, da. Ach, da ist noch einer. Dann lass mal versuchen, hinten. Bleib aber gedruckt, ne? Ja. So ist mal ein Zeilen, Digga. Hoffentlich ist die Knarre noch drin, ey. Vielleicht kann ich auch gleich nutzen, obwohl der wird ja auch nicht sein. Hä, hier ist gott kein Eingang, wa? Ja, der ist nicht. Ich... Ich hab keine Ahnung, wo der reingangt. Ich weiß halt nur, dass der hier unten war. Halt in dem Gebäude. So, doch vorne rein. Aber wir sind halt hoffentlich weiter weg von dem dann. Das war einfach vorhin gehen können. Wir durften hier eigentlich ja nicht alle mitwählen. Doch, wir müssen genau an ihn rein. Oh, guck mal, das ist ein Flugzeug... Ey, Helikopter. Warte, hier. Ey, Flugzeug, ja. Oh, wir können hier direkt reinlaufen. Okay, die sind jetzt da auf fixiert. Ist ja geil. Wow. So, denk. Und wo jetzt? Mal reden, dann die gute Schufe. Jetzt erst mal hier runter und gucken. Irgendeine Etage sind so eine Glasvitrine. Ups, hier kannst du reingehen irgendwie. Scheiße. Ja, Glasvitrinen sind da denn irgendwo. Und da, das muss man knacken. Wo das Gewehr drin ist. Ei, Quatsch. Weißt du, Glasvitrinen einmal drauf schießen, das ist kaputt. Ja. Aber das geht sogar. Wissen nicht. Vielleicht kann man das ja mal ausprobieren. Ach du, du bist hier auch rein. Druck dich gleich, weil hier sind welche. Level 5 und 10. Lass da ein Licht auch am besten aus. Weiß er nicht. Weißt du? Weiß ich, keine Ahnung. Hier ist eine Miene scheinbar. Okay, da kann man auch später mal erkunden. Okay, dann lass mal rein. Ja, dann müssen wir die Akteilen. Nein, das bringt ja auch Level. Ich geh mit Axt. Ey. Warte. Zweifacher Schaden mache ich nämlich. Ja, ich mache zweifachen Schaden. Jetzt so. Ich nehm den. Okay, hatten wir schon. Beide? Ja klar, was denkst du denn? H-Klammern. Automatisch. Stimpark. Stimpi. Das war's der nächste. Oh, nee, aber auch nicht. Ja, wir haben Schießpulver. Schießpulver, ey. Hey, wir können sagen, wo ist hier noch einer? Oh, nee, komm. Reißen aus, ey. So, ja. Ich gucke einfach mal hier unten jetzt, ne? Oh, nein. Ach, du bist da lang. Oh. Alle beide. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Brandgranate, oder? Brandgranate, ne Molly, alter. Oh, Gott, jetzt kommen sie alle. Lauf, 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 lauf. Scheiße. Schlafgang. Alter. Alter, Schwede. Alter. Ja. Alter, leck mich am Arsch. Ich hab natürlich nicht getroffen. So, der ist schon mal tot, der einer. Auch nicht. Alter, die Schläge machen so übelst. Oh, jetzt kommt er hier direkt zu mir. Ja, jetzt krieg ich noch eine Brand ab. Oh, Gott sei Dank, das hat wieder gezündet mit den... Alter, erstmal Nachnamen. Na, los. So. So, scheiß drauf. Alles. Okay. Fehlen auch noch. Äh, ist ja gut, auch zu schießen. So. Bist du schon weiter? Ne, ne, ich bin unten. Ich hab hier noch alle gekillt. Ich komm jetzt wieder hoch. Ah, Ausweiskarte gefunden. Guck mal. Kabinenschlüssel hab ich auch. Wollen wir mal ganz kurz. Ah, das ist knacken. Äh, zweimal versuchen und dann einmal raus, ne? Ich weiß gar nicht, wie das hier... Ach so, das war schon... Ich dachte, zweimal so versuchen. Ja, naja. Ist das ein Aufzug? Ne, das nicht. Kannst du ausprobieren, setz dich mal drauf. Zuckerbomben. Soll ich nochmal versuchen? Uh, Automatik-Lasergewehr. Soll ich nochmal versuchen? Naja, probier. Gucken wir euch nochmal. Ich hab was richtig krasses gerade hier vorhin. Kann ich nicht benutzen, Läufe 15. Den Motor mit einer Kreissäge vorne dran. Ach so, ja, das fände ich. Oh, automatisch das Lasergewehr, das ist das Dicke. Oh, wie geil. Also hier, das... Keine Ahnung. Ist das überhaupt für ein Safe? Für was ist denn das überhaupt? Terminals General Detectors. Gut, das kann natürlich aber auch wichtig sein. Oh, ich darf jetzt nichts mehr mit... Jetzt schon. Beschütze mich ein bisschen, weil ich irgendwie schon wieder schüsse. Ja, ich würde mich nur schnell 4 Kilo leichter machen. Ich lege dann da, wenn ich nicht wegschmeißen. Ich weiß nicht, ob ich das wegschmeißen soll. Ach, Mann. So, ich versuch's jetzt noch einmal und danach... Ich kippe auf mir. Naja. Zwei Treffer bei Taken. Taken. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Das ist irgendwie... Ich finde, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist das ganz... Eigentlich wette ich mit dir, ist das ganz leicht. Na. So, ich bin falsch. Treffer 3 bei Spree. Ach so, oh, verdammt. Okay. Ach, bitte. Hey, womit bist du fertig? Ach so. Da ist irgendwie... Ein Typ? Naja, hier so ein... Super... Wenn nicht ich wär dann, ne? Geht's überhaupt irgendwie nach oben? Hä, hier. Ja. Ja, gut. Das war komplett anders, eigentlich. Ach so. Wow. Sinnlos. Sinnloser Weg. Vorsicht. Sinnlos. Geht's auch nicht höher. Terminal... Ah, kann ich nicht. Ah, kann ich auch nicht. Edictal. Server wird zur... Wartung abgeschafft. Jetzt 21 Uhr dafür? Wow. Das sollte eigentlich immer... Ne, bis 22 Uhr. Ne, ist doch von 19 bis 21. Zwei Stunden, eigentlich. Und zwar ja vorher schon. Ich dachte, bis 22... Ja, gut. Das hätten sie aber jetzt trotzdem... Das hätten sie... Das geht gar nicht. Ja, dafür war es ja eine Stunde, anderthalb Stunden früher. Ja, trotzdem. Das geht gar nicht. Ich meine, es haben sich alle wahrscheinlich auf... Ey, wo ich um 19 Uhr hier reingegangen bin, oder um 19 Uhr und... 30 oder 20... Es war niemand drauf. Es war leer. Hier geht noch eine Tür lang. Ah. Okay. Kommen sie? Ja. Das ist doch scheiße, ey. Hier geht es wieder hoch. Es wäre natürlich geil, wenn du die jetzt schnell findest. Alles aufsammelst. Ja. Nächsten Mal, ne? Messing. Okay. Das sieht aus wie eine Garage. Ich glaube, wir brauchen wir gar nicht weiter. Vielleicht da hinten noch mal... Ah, natürlich. Pass auf, hier ist... Äh, links, ne? Das brennt. Oh. Hier geht es runter in den Dings, aber da müssen wir nicht hin. Runter nicht, ne? Oh, oh, warte kurz. Ach, ja. Wie kriegt man die Tür? Ja, ich mach... Beschütze mich mal? Äh, ja. Die haben sich selbst angezündet. Wow. Die verbande Schraubenschlüssel, Kombi, Schlösser. Oh, die haben irgendwelche Viecher noch. Nachwarn. Hä? Der ist runter in den Dings. Tot. Hund. Das Maul. Alter, wie läuft der denn? Mit Kopf nach oben. Der hat gerade übelst. Der hat gerade schrien, Alter. So. Drei Minuten noch. Ah! Und raus. Scheiße. Oder ist das jetzt mal mit der Lanke? Ne, bei dir war es ja auch, ne? Ja, das könnte... Also eigentlich drei Minuten Elfer. Und die Zeit geht bei mir nicht weiter runter. Bei mir auch nicht. Jetzt bin ich mal spannend. Vielleicht sind wir ja wirklich durch so'n Dings-Punkt gelaufen. Aber ich war schon ein Stück weiter. Ja, es lädt. Oh, Gott sei Dank. Ja, jetzt geht die Zeit auch weiter. Ähm. Wo sind wir? Äh? Ach, Tatsache, wir sind echt nach oben gekommen. Ja. Äh, jetzt lädt er wieder nach. Oh, ich seh nix. Äh, da ist auch... Boah, ich bin tot. Nein. Du bist explodiert. Die haben draufgeschossen. Du bist auch... Ja. Neu-Spawn. Fuck. Ja, genau hier. Wo wir grad sind. Hier Neu-Spawn, komm. Hier geht so... Hier geht so was draußen, Alter. Ja, ich hoffe... Wir haben zwei Minuten Zeit, um das... Äh, wenn du da und wartest, kann ich dich vielleicht wiederbelegen. Jetzt hab ich... Jetzt hab ich grad schon... Ach so. So, ich muss auf Neu-Spawn klicken. Ja, deswegen. Wenn du kurz wartest... Wie gesagt, ich bin jetzt schon... So. Ich hatte... Na, durch... Da bist du. Warte. Jetzt will ich meinen Kleber weg. Wir müssen dann weiter nach oben. Ja. Da geht's aber... Das Problem ist, es geht gar nicht weiter nach oben. Ich frage mich, was ich da gesehen hab, Alter. Ey, hier... Komm hier rein, ne? Wir müssen irgendwie weiter runter, vielleicht. Ach so, ich dachte... Ich mein, die Zeug hier noch. Ja, das... Hast du noch alles? Jetzt hab ich wieder alles, ja. Weil mein Schrott ist komplett weg. Ach, guck mal, hier, hier ist es. Der müsste doch hier rein. Oh, Gott sei Dank. So. Alter, das ist viel, was ich verloren hab. Müssen wir eigentlich nochmal runtergucken, ob's da weitergeht. Lädt man dir jetzt auch wieder? Ja, ja. Komisch. Automatisch mitkommt. Eine Minute. Ah, jetzt ist der Viecher wieder da. Ja, stimmt. Naja, vielleicht nicht. Doch. Ich weiß es schon, man sieht es auch schon. Also wurden mir da zumindest angezeigt. Ja, hier ist schon mal einer. Ja. Ja. Alter, verpisst euch. Jetzt. Ich lass sie mal ganz kurz. Ruhe. Ich glaub, jetzt mal ganz nach. Oh, natürlich nicht getroffen. Zurück, zurück, zurück. Ich glaub, ich war nach links. Ah, lad doch. Hier ist ja auch schon so eine Art Miner. Ist ja auch gestreizt, ne? In den letzten sechs Sekunden bin ich nochmal Level hochgekommen. Drei, zwei, eins. Ah, das war's. Komm, wir in ein Team spielen. Los, wir in ein Team spielen. Ah, gut. Blop.